Jetzt läuft es hier. Ja, hallo, guten Tag. Wir sind bei der technischen Abnahme in Reims. Wir haben alles hinter uns. Wir haben eben schon unsere Zeit ausgenommen, um in die Roadbooks reinzugucken. Und wir freuen uns schon auf den Start. So, Hagen, jetzt darfst du auch was sagen. Ganz meinerseits. Du hast aber gesagt, wir haben alles hinter uns. Ich würde sagen, wir haben alles vor uns und freuen uns drauf. Ja, darauf freuen wir wirklich. Also, bis nachher. Ciao. Ciao.